Servus, ich bin der Rego und ich trinke ein Bier. Brohemian, Cream Porter, von der Ravenbrauerin aus Pilsen. Brohemian, ist das so ein Brohemian? Ja, schusch, ist alles auf Tschechisch drauf. Lassen wir es uns noch mal schmecken. Wehrt sich zum Öffnen. Eine angenehme Farbe hat das Ding. Zutaten, unter anderem Haferflocken, Laktose. Schauen wir mal. Also der Schaum ist typisch, wie es für Supporter-Biere ist oder für Stouts. Ganz ein feinporiger Schaum. Der Geruch ist sehr typisch. Ein bisschen schokoladig dabei. Leicht säuerlich. Ganz weich. Im Andrunk. 6,5%. Ja. Ein bisschen rauchig. Überhaupt trink. Also ein kurzes Bier. Ich würde hier jedes Kind stehen lassen. Auch der Geruch ist wirklich spannend. Wenn du das Brickeln nachlässt. Mhm. Wobei der Geruch. Ich weiß nicht, ob es schnell verfliegt oder es macht zu. Ich weiß nicht. Naja. Raven. Spannendes Bier. Aus Pilsen. 2015 haben sie die Brauerei gegründet. Doch, ja. Spannend. Schauen wir mal, was von der Brauerei noch alles gibt. 40. Bis zum nächsten Bier. Spannend. 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 Vielen Dank.